Auf Wiedersehen Australien, bye bye Buschleben. Die Dschungelcamper fliegen zurück nach Deutschland und ihr König kann die neue Freiheit noch gar nicht fassen. Das ist so, so geil. Ich habe einen Cheeseburger gestern aufs Zimmer und habe in einem echten Bett geschlafen seit 16 Tagen. Das ist wirklich gut. Wirklich schön. Ich bin ein bisschen müde heute, aber wir haben einen langen Flug zurück, so ich kann schlafen den ganzen Weg. Und falls nicht, kann sich König Mark über sein persönliches Abschiedsgeschenk freuen. Ja, das ist von Sonja und Daniel. Die Regeln und die Regeln. Die Regeln des Camps. Die Echt Regeln. Geil, ne? Und wie geht es eigentlich den restlichen Campern so? Ja, hallo. Also jetzt ist es leider Zeit, dieses wunderschöne Land zu verlassen, von dem ich leider nur einen Tag was richtig gesehen habe. Aus dem schönen Australien zurück nach Deutschland. Ich bin gespannt, was mich erwarten wird, wie mein Bruder mich empfängt. Also ich bin sehr, sehr aufgeregt, voller Freude. Der Prinz kommt nach Hause. Aber ich komme noch mehr her, ich gucke mir alles an, aber diesmal nicht als Opfer irgendwo, die irgendwelche furchtbaren Dschungelprüfungen machen will, sondern als Besucher. Endlich geht es wieder nach Malle. Zwei verrückte Wochen liegen hinter mir. War eine geile Sache. Ich bin ziemlich verdattert, ziemlich aufgeregt. Meine Koffer sind gerade noch kaputt gegangen. Ja, die drei Wochen Dschungelkämpfer haben uns wirklich ausgereicht, aber wir sehen, es steigt natürlich und ich freue mich. Und ja, ich bin glücklich, wieder in Berlin zu sein. Ich habe mir noch drei neue Koffer gekauft, um alles mitzukriegen, was ich in Australien erschockt habe. Das war gerade mein Hauptproblem. Ich freue mich total wieder auf die Heimat. Ich freue mich jetzt nicht auf die Kälte, aber ich freue mich auf Freunde und Familie vor allem. Ach ja, und dann ist da noch Nico Schwanz. Hello again. Erfolgreich, umgesetzt. Ich sitze nicht neben mir. Ich weiß nicht wen, aber ich sitze nicht mehr da. Ja. Sprechen wir es ruhig aus. Herr Schwanz möchte nach dem Streit nicht mehr neben Honey sitzen. Weil ich bin ja eigentlich mit jemandem hergekommen, der mich im Endeffekt so verarscht hat, was ich mir nicht leisten muss, beziehungsweise das muss keiner sich gefallen lassen. Und deswegen habe ich mich jetzt umsetzen lassen. Und es war wirklich so, dass es so die, im Flug wurde schon alles gebucht und die nette Lady hat es so erledigt, dass der Nico woanders sitzt. Und da freue ich mich, weil ich brauche ihn nicht. Na dann, guten Flug. Ach und Marc, welche Dame darf sich in Deutschland eigentlich als erste über einen Anruf von dir freuen? Kann er nicht sagen. Ich mag mein Handy an, erst mal, wenn ich bin in Deutschland. Und dann gehe ich überlegen. Bis morgen früh hat König Terenzi noch Zeit. Dann landen die Dschungelstars endlich in der Heimat. Wir sehen uns in Deutschland. Tada! So Leute, ihr seid high class. Entschuldigung. Bis bald. Tschüss. Tada! Tschüss. 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 Vielen Dank.